Bei Sturm der Liebe ist Markus von Katjas widersprüchlichem Verhalten irritiert. Werner bittet Katja, Interessenten für ein Gemälde zu betreuen. Markus will die Chance nutzen, um in ihrer Nähe zu sein, wird aber abgewiesen. Auch Werner ist der Meinung, dass Markus auf dieser Veranstaltung nichts verloren hat. Danach hat Markus endgültig genug und will von Katja aufgebracht wissen, warum sie nicht zu ihren Gefühlen steht. Unterdessen erfährt Anna, dass Vincent wegen seines Krankenhausaufenthalts ein Gitarrenkonzert verpasst hat. Deshalb schenkt sie ihm einen privaten Auftritt des Gitarristen. Vincent ist zutiefst gerührt und fragt Anna vorsichtig, ob sie ihm nochmal eine Chance geben möchte. Als Philipp von Annas Einsatz erfährt, beschließt er, um sie zu kämpfen, wird aber aufgehalten. Wer oder was ihm in die Quere kommt, erfahrt ihr am Montag in einer neuen Folge von Sturm der Liebe um 15.10 Uhr in der ARD. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!